Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einem neuen Experiment und zwar gucken wir heute, was wäre, wenn Schalke 04, die aktuell in der Bundesliga ja wirklich völlig reinscheißen zum aktuellen Stand, ich glaube seit 24 oder sogar noch mehr Spielen, nicht mehr gewonnen haben und in der Bundesliga aktuell letzter sind. Was wäre, wenn dieser Verein all die guten Spieler der letzten Jahre, die man verkauft hat oder auch ablösefrei einfach so hergeschenkt hat, wenn man die alle behalten hätte, was wäre dann aus diesem Verein geworden, das werden wir uns heute angucken in diesem Video. Und das hier ist sie also, die Schalker Mannschaft, wie sie aussehen könnte, hätte man die ganzen hochveranlagten Spieler nicht abgegeben. Wir haben einfach im Sturm einen Emburu, einen Sané und ein Özil auf dem Flügel, wir haben im Mittelfeld dann Draxler, Goretzka und Rakitic, sausau gut, die Abwehr ist neu mit Kolasinac, Marte, Pekera, Rafinha tatsächlich und im Tor Manuel Neuer. Ja, also ich glaube, bestimmt habe ich irgendeinen Spieler vergessen in meiner Recherche hier nach ehemaligen Schalke-Spielern, könnt ihr mir gerne unten reinschreiben, wen ich vergessen habe, aber das ist doch mal eine richtig gute Mannschaft, auf der Bank noch Schupomo Ting, McKennie, Rudy, Caligiuri, Nübel, Hüntelay, Konoblyanka und ein Pukki, das sind so die Spieler, die ich hier alle hinzugefügt habe und natürlich die fucking legängende Max Meier, die darf man natürlich nicht vergessen. Also heftiger Typ, ein Bay-Klasse-Spieler, wie er sich damals selbst betitelt hat, also das ist jetzt schon eine deutlich, deutlich bessere Mannschaft und ich kann mir schon vorstellen, dass wir mit dieser Mannschaft über zwei Saisons, nämlich zwei Saisons werden wir das Ganze hier machen, in der Kalendersimulation einiges reißen können und am Ende werden wir dann auch selbst eine Partie mit diesem Team spielen. Bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgehen wird, was ein kurzer Fun-Fact ist, Alter, wie viele Spieler haben eigentlich von dieser Mannschaft entweder mal für Bayern gespielt oder spielen nur für Bayern? Wir haben hier Neuer 1, Rafinha 2, Goretzka 3, wir haben Sané 4, Chupomo Ting 5, Rudy 6, Nübel 7. Einfach sieben von diesen Spielern hier haben mal für Bayern gespielt oder spielen auch für Bayern, also das ist schon, ja, eine Aussage, denke ich mal und damit würde ich sagen, werde ich jetzt noch hier die ganzen Freigabe, zumindest von den Spielern, die hier wir selbst hinzugefügt haben, herausnehmen und dann werden wir mal gucken. In der ersten Saison spielen wir ja nicht international, aber vielleicht können wir uns ja dafür qualifizieren durch die Bundesliga. Klar, wir haben auch einige ältere Spieler wie Özil, der jetzt nicht gerade besser werden wird in dieser Zeit, obwohl in FIFA 21 ist tatsächlich sogar einiges möglich, vielleicht wird es sogar eher noch besser, aber mit Neuer im Tor, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Chance und dazu haben wir einfach Bayern komplett geschwächt, weil denen fehlt jetzt einfach Neuer, Goretzka und Sané, also das ist nicht so leicht für die Bayern. Und wir gehen jetzt ran in den Winter erstmal, um ein Zwischenfazit zu ziehen mit dieser Mannschaft. Um es unserem Co-Trainer etwas leichter zu machen, habe ich einige, einige Spieler noch verkauft, denn wir haben einfach den Kader von 48 Spielern und da ist klar, dass einige Spieler dann einfach nicht zum Einsatz kommen werden, die wir jetzt hier zurückgeholt haben und damit blicken wir jetzt mal rauf. Welcher Platz ist es in der Bundesliga? Es ist der vierte Platz, das ist echt ziemlich, ziemlich gut. Vierter Platz, damit Champions League, wenn wir das halten sollten, es ist auch sehr knapp. Bayern, Wolfsburg direkt hinter uns, Leverkusen direkt vor uns, RB und Dortmund im Titelrennen. Und dann gucken wir doch jetzt mal kurz hier auf die Statistiken, wer so am meisten gespielt hat. Neuer hat auf jeden Fall natürlich viele Einsätze. Pukki, 14 Tore in 22 Spielen. Eieieieiei. Die Schalker Legende, also bei Schalker war ja keine Legende, aber bei Norwich. Guretzka hat stark gespielt. Özil, sehr, sehr nice. Konoplyanka überraschenderweise. Rafinha, Martip, Kolasinic. Oh, nur acht Einsätze für Leroy. Was war da denn los? Cipo Metting hat viel gespielt. Okay. Oh, wenig auch hier für Draxler. Naja, gucken wir mal, wie das in der zweiten Hälfte aussieht. Hier wird irgendein... Oh, Max Meier, die Weltklasse hat überhaupt nicht gespielt. Was ist das denn? Also das ist, finde ich, hier schon ein bisschen frech von unserem Co-Trainer. Wie als der Feuerwehrmann hätten das natürlich anders gemacht. Übrigens, ich weiß, dass man Feuerwehrmann mit zwei N schreibt, aber man kann das in FIFA halt nicht, weil die Buchstabenbegrenzung dann einsetzt. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich rein in den Sommer und gucken mal, ob wir diese gute Form halten konnten. Wir sind angekommen am Ende der Saison. Der letzte Monat war durch Wachsen. Niederlage gegen Leverkusen. Kanter, sie gegen Augsburg, aber nur unentschieden gegen Köln. Nein, gucken wir rauf, was es geworden ist. Es ist nur der fünfte Platz. Zwei Punkte verpassen wir die Champions League, aber vielleicht können wir an der Euroleague angreifen dann im nächsten Jahr. Das wäre natürlich eine coole Geschichte. Und damit würde ich sagen, gucken wir einmal rauf, wie es ansonsten lief. Wir können erstmal eigentlich auch auf die Spielerstatistiken gucken, ob wir dort irgendeine Auffälligkeit haben. Pukki einfach Torschützenkönig zusammen mit Lewandowski. Der hat weniger Spiele. Sie haben beide 34. Okay, dann geht die Torjägerkanone tatsächlich an beide. Und Goretzka mit 11 Toren auch gut dabei. Hat so viele wie Gnabry. Ansonsten, nö, das sind unsere Top-Torschützen. Özil, acht Vorlagen, drittbester. Goretzka hat nochmal ganze fünf. Aber sonst haben wir da jetzt auch keine Auffälligkeiten. Neuer, zweitbester Keeper einfach hinter Radetzky. Holy shit, warum Radetzky? Aber okay, nehmen wir so hin. Wer ist eigentlich Meister geworden? Ja, das müssen wir auch mal erfahren. Es ist nicht Bayern, es ist Dortmund. Eieiei, Bayern hat nochmal ziemlich aufgeholt, aber Dortmund war besser einfach. Ja, wir verpassen ganz knapp die Champions League. Und das gegen Gladbach. Das ist bitter. Absteiger sind Freiburg, Augsburg, Stuttgart. Und dann gucken wir nochmal auf unsere Mannschaft. Ja, also wir haben diese hier so gemacht, die Jungs. Neuer natürlich richtig stark. Auch drei Vorlagen sogar noch. Nübel hat jetzt gar nicht gespielt. Kolasinac, klarer Stammspieler. Das gleiche gilt für Matip. Gerard hat auch einige Einsätze geholt. Rafinha, absoluter Stammspieler auf der rechten Seite. Sané durfte in der Rückrunde jetzt auch mal spielen. Das ist sehr erfreulich. Aber ich glaube, wir müssen das System umstellen. Können wir eigentlich mal machen. Vielleicht spielt er dann in der nächsten Saison mehr. Oder wir können ihn auch einfach noch zum Flügel umtrainieren. Das hätten wir vielleicht mal von Anfang an machen sollen. Aber ja, das ist halt leider so dumm in FIFA, dass die sich so denken, Nö, der ist linker Mittelfeldspieler, dann spielt er nur im linken Mittelfeld und nicht im linken Flügel. Das ist aber halt einfach Konoblianca. Viel mehr Einsätze als er. Max Meier, die Legende, hat einfach nur zwei Einsätze. Das ist frech. Das ist richtig frech. Rakitic auch zu wenig. Goretzka war heftig. McKennie auch seltsam wenig, obwohl er viel spielen kann. Das gleiche geht für Rudi. Und, alter, Schöpf einfach 13 Einsätze. Draxler auch nicht so viel gespielt. Özi dafür umso mehr als rechter Flügel. Und dann haben wir natürlich noch Kalijuri-Deck, auch leider kaum gespielt hat. M-Bolo auch nicht so viel und auch nicht wirklich gut. Ja, da war Schöpfung und Ting schon wieder besser gefühlt. Und Pukki halt absoluter Stamm-Schütze, würde ich sagen. Oder der beste Schütze bei uns. Der ist richtig gut drauf. Und wie gesagt, ich glaube, es liegt am System, dass Leroy Sané einfach zu wenig spielt. Ich hoffe, das läuft in der zweiten Saison besser. Vielleicht machen wir auch drei Saisons. Können wir uns mal überlegen. Aber jetzt geht es erstmal rein in die zweite Saison. Angekommen im Januar der zweiten Saison, gucken wir rauf auf die Tabelle. Und sehen, dass wir zwei, der sind nur einen Punkt hinter Bayern. Das ist ja wirklich unfassbar. Ein Punkt gerade mal hinter Bayern. Hinter uns ist es zwar auch noch sehr, sehr knapp, aber das ist doch mal richtig, richtig stark. Also, viel besser geht es ja wohl gar nicht. Und Achtung, sie könnten sechs Spieler verlieren. Oh, da müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir hier wichtige Spieler verlieren. Aber zuvor gucken wir auf die Statistik. Neuer wieder viel gespielt. Lübe jetzt auch ein bisschen. Kolasinac, Kira, Marteb hat nach wie vor viel gespielt. Rafinha weniger, dafür dieser Tiaf mehr. Oh, Konoplyanka darf gar nicht mehr spielen. Meier hat wieder zwei Einsätze. Rakitic spielt manchmal. Goretzka, übelstärke Statistik. McKennie nicht so wirklich. Rudi darf auch mehr spielen. Drexler spielt nach wie vor viel. Ösi nach wie vor richtig überragend gut. Uth ist leider immer noch hier. Und Sané carriert uns jetzt mal richtig. Mbolo, Shubomo, Ting und Pukki. Immer noch stark, aber nur drei Tore in der Liga. Sechs im Vorbereitungsturnier, vier in der Euroleague, zwei in DFB-Pokal, aber nur drei in der Liga. Was ist da denn los? Das ist etwas enttäuschend. Ich verlängere jetzt mal fix die Verträge. Und dann gehen wir in den Sommer über. Ich glaube, im Pokal sind wir noch drin. Und in der Euroleague sind wir auf jeden Fall eine Runde weiter. Wir starten jetzt rein in die erste Live-Simulation. In der Euroleague sind wir ja weitergekommen und starten jetzt rein ins 16. Finale. Und ihr seht ihr schon. Und Marte hat einfach auf eine 86 hochentwickelt. Ganz, ganz stark. Neuer immer noch auf eine 88. Goretzka hat bald die 90. Das gleiche gilt für Sané. Özil ist noch stark dabei. Draxler. Und ich glaube, mit dieser Mannschaft können wir was schaffen. Gegen Olympiakos. Auswärts. Was wird es da? Es wird ein 2 zu 0. By the way, Rafinha, Chubomo, Ting werden nach dieser Saison ihre Karrieren beenden. Hünteler hat das bereits zum letzten Jahr getan. Heißt, auf die werden wir dann nicht mehr ziehen können. Wenn wir aber hier ins Finale kommen, dann werden wir das Finale spielen. Und wenn wir das dann gewinnen, dann soll es doch gut sein. Dann hätten wir nämlich einfach übel was erreicht mit dieser Mannschaft. Aber dafür müssen wir erstmal ins Finale kommen. Deshalb noch nicht so viel darüber reden. Erstmal ins 16. Finale einziehen. Ne, da waren wir jetzt ja schon. Also jetzt ins 8. Finale. Und mal gucken, wer da der Gegner sein wird. Und der Gegner im 8. Finale ist gleich mal komplett übertrieben. Es ist einfach Neapel. Gegen die sind wir schon im Vorbereitungsternier ausgeschieden. Also ich erwarte hier leider nicht so viel. Rafinha nur noch auf einer 70 als Rechtsverteidiger. Dennoch gewinnen wir zu Hause 1 zu 0 durch den Joker Pukki. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, ob das noch was wird. Auswärts in Neapel. 2 zu 1. Özil und Mbolo. Klostermann auf Seiten von Neapel. Und damit stehen wir im 4. Finale. Und die Gegner, die werden einfach nicht leichter. Jetzt geht es einfach gegen Manchester United ran. Also das ist doch wirklich einfach nur unfair. Komm, wir könnten eigentlich mal Rudi als Rechtsverteidiger mittlerweile ausstellen. Anstelle von eben Rafinha. Weil das ergibt so eigentlich mehr Sinn. Und vielleicht macht auch McKennie mittlerweile im Mittelfeld ein bisschen mehr Sinn. Hat zumindest aktuell eine Plus 4. Und Caligiuri wird jetzt mal wieder ersetzt hier. Ansonsten passt das soweit. Und damit geht es rein gegen Manchester United. Also wenn wir hier weiterkommen, dann weiß ich auch nicht. Dann holen wir das Ding am Ende. Reingeht es gegen Manchester United. Es wird nochmal ein Heimsieg. Jetzt ist alles drin in Manchester. Es wäre einfach unglaublich, wenn wir das schaffen sollten. Ey, Daumen drücken. Daumen drücken. In Manchester wird es ein 2 zu 1. Ich kann es nicht glauben. Halbfinale. Jetzt holen wir das Ding. Und der Gegner im Halbfinale ist vergleichsweise zu Manchester United und Neapel davor relativ leicht. Es geht nur gegen Sporting. Aber das ist immer noch eine mega gute Mannschaft. Und ich sehe hier schon, Rafinha müssen wir natürlich wieder rausnehmen. Das müssen wir eigentlich hier nämlich ja machen. Weil sonst setzt sich das ja jedes Mal wieder zurück. Dann machen wir das jetzt hier auch eben. Und dann geht es einfach rein ins Halbfinale. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie weiter. Komm, wir machen das jetzt. Was bringt mehr? Was bringt mehr? Ja, so bringt auf jeden Fall nichts. Dann machen wir es so und er kommt, wie gesagt, hier noch hin. Und dann passt das. Komm, oh, Jungs. Wir können ins Finale einziehen. Ich glaube, wir sind im DFB-Pokal parallel auch im Finale. Also wir haben zwei Optionen, was wir spielen. Aber wenn, dann würde ich die Eurofighter mitnehmen. Aber hier sieht es erstmal schlecht aus im Hinspiel. Und im Halbfinale müssen wir halt einfach im Rückspiel auf Matip verzichten. Auf unseren besten Innenverteidiger. Das macht das Ganze noch einmal schwieriger. Auf geht es jetzt also gegen Sporting. Irgendwie weiterkommen. Und wir tun es. Es ist genau dieses 1-0, was wir gebraucht haben. Durch Rakitic, der reingekommen ist. Ausgerechnet für Matip. Ähm, unfassbar. Wir stehen im Finale. Und nicht nur das. Wir stehen, wie gesagt, auch im DFB-Pokalfinale. Das werden wir simulieren. Und dafür werden wir in die Euroleague selbst reinspringen. Unfassbar geil. Und auch noch gegen Bayern. Viel besser geht es doch nicht. Zuvor aber. Bevor es gegen Bayern reingeht, geht es erstmal gegen Bayer. Und das zurück mit Matip. Gehen wir rein. Können wir hier den ersten Titel holen gegen Leverkusen? Wir tun es. 2-1 gewinnen wir durch das Tor von Sané. Und Drax lauft Leverkusens Seite. Trifft Weiser. Und damit gehen wir rein. Ins Euroleague-Finale. Auf geht es jetzt. Ins Euroleague-Finale. Und das ist ein deutsches Finale. Es geht Schalke gegen Bayern. Und das geht natürlich für uns mit einer halben Bayern-Landschaft hier in die Partie tatsächlich. Wir haben Neuer. Wir haben Sané. Wir haben Goretzka. Wir haben Rudi. Und noch ein paar andere Spieler. Der Cipo Mutting auf der Bank. Also ein paar Bayern-Spieler sind da doch dabei. Oder Ex-Bayern-Spieler mit einem Sebastian Rudi oder Rafinha. Und damit, ja, lasst uns doch mal reingucken. Wie die Bayern hier spielen. Und wie wir natürlich hier auch spielen. Ich bin sehr gespannt auf deren Torwart-Position. Sie haben sich Bernd Leno geholt. Das ist interessant. Ähm, ja. Kann man, denke ich, machen. Ist ein guter Keeper. Warum eigentlich nicht? Weil wir haben ja auch noch Nübel. Und damit haben wir ja auch noch deren zweiten Torwart in der aktuellen Saison. Und deshalb mussten sie sich da natürlich verstärken. Und damit würde ich sagen, reicht das ja eigentlich auch, was die Zeremonie angeht. Wir wollen jetzt hier diese Aufstellungen sehen. Die Hymne ist ja jetzt nicht so die allergeizten Mascarelle. Das haben wir dorthin verkauft tatsächlich. Der hat ja auch ein Angebot aus Spanien. Aber er hat sich wohl für die Bayern entschieden. Dann am Ende Alaba sehen wir hier noch bei Bayern. Dann in echt wird er wohl in diesem Jahr, wo wir uns hier gerade befinden, nicht mehr bei uns spielen. Das gleiche gilt, wo auch für ein Javi Martinez. Und jetzt würde ich dann doch sehr, sehr gerne einmal auf die Aufstellungen gucken dürfen. Bei uns Mesut Özil unter anderem in der Startformation, Embolo und natürlich auch ein Leroy Zane. Jetzt ist es aber Zeit, noch kurz den Handshake. Das ist die Trophäe, die wir gewinnen wollen. Und das ist unsere Mannschaft. Neuer im Tor, davon eine Viererkette. Kolasinac, Martep, Kera, Rudi. McKenni, Goretzka, Draxler und dann Sané, Embolo, Özil. Also das ist doch mal eine geile Mannschaft. Also wenn Schalke in echt zu laufen würde, da könnte man denen ja fast zujubeln. Und ja, Mannschaftshof machen wir natürlich auch noch. Ich denke mal, das könnte auch eine gute Option für ein Thumbnail sein. Und dann gucken wir auf jeden Fall noch auf die Bayern-Mannschaft, die natürlich auch relativ interessant, denke ich mal, ist. Hier mit Kimi sehen wir auf jeden Fall Bernd Leno natürlich den Neuzugang. Aber auch der einzige Neuzugang, wenn ich das jetzt hier unten Mascarell halt richtig überblickt habe. Aber so sieht es aus. Es ist Leno, Alaba, Hernandez, Süle, Martinez, Kimi, Mascarelli, Gnabry, Coman, Zirksi, Lewandowski. Also ganz komisch, wie die hinten spielen. Einfach mit den beiden Linksfüßen rechts und die beiden Rechtsfüße links. Aber okay, wir gehen rein ins Finale. Ja, das ist das 1-0 für die Bayern. Flanke, Alaba und dann Zirksi. Weiß nicht. Kommt da ganz einfach zum Abschluss. Oder zum Kopfball, wie gesagt. Also hier ganz locker reingechippt von Alaba und dann... Weiß nicht, wer... Ja, okay, es verteidigt Ösi gegen Zirksi. Also dieses Kopfball-Duell gewinnt, glaube ich, jeder. Der einen halben Zentimeter größer ist als Ösi. Draxler. Mbolo. 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 Ausgleich. Der Schwitzer macht es. Der Mann, der gefühlt nie für Schalke getroffen hat, obwohl er ein Megatalent war. Damals, als Schalke ihn sich geangelt hatte. Weil Gladbach wieder in die Spur gefunden hat. Zumindest einigermaßen. Und jetzt hier auch zurück im Schalke-Trikot. Ja, ein paar Tore machen will. Macht das hier stark. Spitzer Winkel, dennoch super Abschluss. Keine Chance, Leno. Und der Ausgleich in diesem Finale. Draxler. Ja. Mbolo steht wieder völlig frei. Mbolo. 2 zu 1. Wenige Minuten nach dem Ausgleich machen wir gleich das zweite hinterher. Weil Mbolo einfach mal völlig frei steht. Draxler mit der Vorlage in dieser Situation. Hier Draxler. Und dann Mbolo komplett frei. Und dann schlägt er das Ding da vorne. Keine Chance, Leno. 2-1-Führung für Schalke. Oh, Marte. Mbolo. 3-1. Ecke Özil. Von Goretzka. Oder Süle kam der Ball dann plötzlich zu Marte. Der bringt das Ding noch nicht über die Linie. Aber Mbolo macht seinen Hattrick. Er macht einfach seinen Hattrick. Ich glaube, der hat in seinen ganzen Jahren bei Schalke gerade mal drei Tore erzielt. Und hier macht er in einem Spiel drei ganz komisches Tor. Also da war wirklich alles komisch dran. Also auch der Schuss hier noch. Eieieiei. Ganz komisches Ding. Leno hat das Ding noch fast. Aber es ist der Hattrick für Breel Mbolo. Oh, Zirksi. Zirksi. 3-2. Bayern kommt zurück in der zweiten Halbzeit. Mbolo. Mbolo rennt einmal quer über das Spielfeld. Mbolo. Draxlasa. Nee. 4-2 durch Leroy Sané. Er macht also auch noch sein Tor. Leroy Sané. Ja, bis jetzt relativ unauffällig. Aber Mbolo hat hier einfach in die Show gestillt. Und auch an diesem Tor ist Mbolo wieder nicht unbeträchtlich dran beteiligt. Draxlasa mit der nächsten Vorlage. Sané mit dem Treffer. Und wir werden das jetzt nutzen, um unsere drei Wechsel auch hier noch zu machen in dieser Partie. Und zwar haben wir natürlich noch ein paar Spieler auf der Bank, die hier nicht nur auf der Bank sitzen sollen, die auf jeden Fall reinkommen sollen. Und zwar Pukki kommt rein für den überragenden Mbolo. Also der war wirklich absolut wildkrank. Auf jeden Fall soll auch Rakitech noch reinkommen. Und als letzten bringen wir fucking Max Meier rein. Kommt für Mesut Özil spielt er jetzt einfach da. Flügel. Passt schon. Also drei Legenden nochmal hier rein für den Hattrick-Held, für Breel, Mbolo und Co. Das war es jetzt also von diesem Finale. Wir gewinnen eine durchaus interessante Partie mit 4 zu 2 gegen die Bayern im deutschen Finale. Und haben damit nach dem DFB-Pokal auf jeden Fall auch die Euroleague gewonnen. Vielleicht haben wir ja sogar auch die Bundesliga gewonnen. Das wissen wir ja noch gar nicht. Das werden wir gleich erst erfahren. 4 zu 2 im Finale. Breel, Mbolo auf jeden Fall der überragende Mann. Und gleich kriegen wir hier unseren wohlverdienten Titel. Also was das hier für ein Weg ins Finale war, der war ja schon unglaublich. Und jetzt hier im Finale auch absolut überragend. Manuel Neuer wird hier gleich sich den Titel abholen dürfen als Kapitän von dieser Schalke-Mannschaft ohne Abgänge. Ich glaube dieses Experiment war auf jeden Fall ein großer, großer Erfolg für den Verein. Und ich glaube würden sie das in echt machen, würden sie nicht minder erfolgreich sein. Aber natürlich, das ist ein absolut surreales Experiment. Deshalb heißt es ja auch Experiment. So wird es niemals in echt kommen. Aber es ist auch mal schön zu sehen. Eine so starke Schalker-Mannschaft. Die Eurofighter, sie sind zurück mit Manuel Neuer. Und damit recken wir hier unseren Titel in die Luft. Und haben die Euroleague gewonnen mit Schalke 04. Wer hätte es gedacht. Und damit blicken wir jetzt eben nochmal auf die Bundesliga-Live-Reaktion. Wir sind erster. Wir haben das Triple geholt mit Schalke. Unfassbar. Erster in der Bundesliga. Auch das noch. Wie geil ey. Unfassbar. Wer ist Top-Torschütze? Ist es Pukki? Ne, Lieber ist ja nicht richtig gut dabei. Lewandowski aber überragend. Goretzka 14 Tore. Auch hier gucken wir nochmal, ob wir andere Spieler haben, die hier noch richtig stark sind bei den Torschützen. Haben wir Pukki noch mit 8. Dann haben wir Draxler und Özil, die die meisten Vorlagen stellen. Draxler eine mehr sogar noch als Özil. Draxler auch irgendwie 2 im Finale oder so. Goretzka nochmal mit 5. Auch das ist stark. Neuer wieder zweitbester Keeper. Richtig, richtig gut. Und einfach das Trippi gewonnen. Also das ist nochmal richtig, richtig krass. Gucken wir nochmal hier auf die Statistiken. Neuer überragend. Kolasinac ganz, ganz krass. Kera viel gespielt. Martip. Rafinha noch ein paar Spiele gemacht. Der ist jetzt uralt. Maia hat kaum gespielt. Konoplianka hat kaum gespielt. Rudi hat ein paar Spiele. McKennie war am Ende sogar Stammspieler. Goretzka richtig, richtig stark. Rakitic in Ordnung. Draxler, sauguter Vorlagengeber. Das gleiche gilt für Özil. Der hat auch noch ein paar mehr Tore sogar gemacht. Auch das ist sogar stark. Und dann habe Caligiuri sogar auch ein paar Spiele gemacht. Und Leroy Sané absolut überragend. Also dass wir ihn zum linken Flügel umgestellt haben. Hat richtig was gebracht. Mbolo stark. Pukki immer noch ziemlich gut. Auch wenn es zu wenig Tore in der Liga sind. Jipo Mettingen sogar auch noch ein Tor irgendwo gemacht im Pokal. Und damit war es das mit diesem Experiment. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchem Team wir sowas nochmal machen sollen. Mit Dortmund haben wir das schon mal in FIFA 20 gemacht. Wir könnten sowas auch vielleicht mit anderen Vereinen. Stuttgart wäre da sehr interessant beispielsweise machen. Und schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, ob wir auch Spiele nutzen sollen, die nur in der Jugend bei diesem Verein gespielt haben. Weil hier hätten wir beispielsweise dann noch einen Gündogan nehmen können. Aber der hat nun mal nie für die Profis von Schalke gespielt. Deshalb ist es interessant, ob man sowas machen sollte. Und ja, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, solche Experimente oder andere coole Videos über den Karrieremodus sind FIFA oder PES, dann lasst gerne auch ein Abo auf diesem Kanal da. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video und in einer Woche bei einem neuen Experiment oder etwas dergleichen. Denn immer Sonntag soll jetzt ein Special-Video kommen. Und nächsten Sonntag geht es dann weiter. Bis dann. Macht es gut. Und ciao.